Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin ein großer Fan von Dr. von Möller. Die Initiative Kids Smiling, wo die 1. FC Köln mitarbeitet, ist beeindruckend. Für Kinder, für Eltern und ich bin froh, dass sie das macht und bin ihr sehr dankbar. Frau Dr. von Möller gibt vielen Kindern Halt. Sie schafft eine Perspektive im gesellschaftlichen Zusammenhalt und ermöglicht das Lernen von Teamgeist und Fairness. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017